Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Paul Valentine Adventskalender, den ich mir gekauft habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Vom Designjahr hätte ich erst gedacht, hä, warte, warte, der sieht doch schon so ziemlich ähnlich aus wie letztes Jahr. Soll aber wohl ein anderer sein. Naja, wir müssen mal gucken. Ich gucke gerade mal auf der Homepage, 159,90 Euro habe ich dafür bezahlt. 572 Euro Warenwert sollen drin enthalten sein. Das rechne ich grob nach, sofern ich die Schmuckstücke finde. Und ansonsten sind es halt eher so Schätzpreise. Ich finde den aber schon hübsch. Ja, schon. Also wir haben hier auch so ein schönes Schleifchen dran. Ein Paul Valentine Schmuck ist auch sehr hochwertiger Schmuck. Und ich weiß noch, letztes Jahr, da habe ich den in Silber gehabt. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Farbe ich den dieses Jahr bestellt habe. Und da hatte ich meiner Mama auch so ein Armbändchen und so geschenkt davon. Und das trägt sie jetzt immer und ist da auch ganz stolz drauf, weil die das auch so hübsch findet. Das ist total cool. Freue mich voll. Und ja, hier habe ich jetzt auf jeden Fall den Paul Valentine Adventskalender von diesem Jahr, der wirklich so schön aussieht. Guck mal, das mag ich gerne mit diesem Dunkelgrün. Aber bla bla bla, reingucken. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wir haben hier nicht nur Schmuck drin, sondern wir haben hier auch Produkte von Richels, L'Occitane, Loney Bauer, OPI und Shine Professional drin. Da war ja was. Es ist ja nicht nur Schmuck drin. Und die haben leider nicht dazugelernt. Zwischenebenen gibt es immer noch nicht, aber es gibt die Nummer 1. Dort drin befindet sich ein Schmuckstück von Paul Valentine. Au, in einem Seidenpapier eingeschlagen. Ich habe offensichtlich Gold gewählt. Gefällt mir. Genau, und da haben wir eine Kette drin enthalten, die wirklich auch eine gute Verlängerung hier oben auch mit bei hat. Ja, ich habe die Videos von Unbox Butterfly Nicole geguckt. Die hat in letzter Zeit richtig viele coole Schmuckbottenboxen vorgestellt und die hat irgendwie echt Ahnung von sowas. Und deswegen, liebe Grüße gehen raus. Ja, ist eine sehr filigrane Kette und hier haben wir dann auch einfach so ein Glitzersteinchen unten dran. Mensch, das kannst du wirklich zu vielem kombinieren, ne? Das ist sehr hübsch und ich mag auch dieses Glitzersteinchen da unten. Das ist so richtig sparkly, sparkly. 160 Euro hast du gekostet Adventskalender. Da musst du doch aufpassen, dass du nicht so runterknallst. Das ist die Nummer 2. Hier haben wir das Produkt von Shine drin enthalten. Ich glaube, Shine hat auch einen kompletten Adventskalender rausgebracht, oder? Color Protect Shampoo 50ml Cleanse Soft and Shine. Jo, das ist ein Shampoo, das darf mit dabei sein, weil es ist ja auch gesagt worden, dass sowas mit drin ist. Deswegen passt das schon. Keine Ahnung, wonach das riecht. Cleanse Colored Hair. Okay, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie Colored Hair. Ne, Color Protect Shampoo, witzig. Steht ja auch drauf, Claudinchen. Ähm, wird dann wahrscheinlich eher weiter wandern, ne? Weil ich habe ja kein gefärbtes Haar. Schreibt mir mal gerne so zu statistischen Zwecken in die Kommentare, wenn du einen Kommentar schreibst. Also, wäre cool, wenn du einen Kommentar schreibst, ob du gefärbtes Haar hast oder deine Naturhaarfarbe. Das wäre ganz interessant zu wissen. Auch mit dabei ist die Nummer 3 in einem güldenen Packaging. So wie auch die Nummer 1, glaube ich, war. Und hier drin haben wir ein Produkt von Loni Bauer Kabuki Make-Up Brush. Ach guck, ein Pinsel. Pinsel kann man gut gebrauchen. Das mag ich. Ich kenne die Marke jetzt so gar nicht, ne? Und das ist einfach so ein Kabuki-Pinsel, der so rumstehen kann und den man dann verwenden kann. Jo, kann man sich gönnen. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir wieder ein Produkt von Paul Valentine drin, was sehr leicht ist. Aber Schmuck ist ja eigentlich eh immer recht leicht, ne? Das wird ein Armband sein. Armbänder wandern bei mir immer direkt weiter, weil ich es einfach nicht verwende. Ihr seht mich in meinen YouTube-Videos ja ungefähr nie mit einem Armband, ne? Also wäre das auch irgendwie relativ mischugge, wenn ich jetzt ein Armband behalten würde. So sieht das aus. Das Logo, das rastet gerade ein bisschen aus, okay. Wir haben so eine, ich weiß nicht, wie man diese Glieder nennt, aber das sind halt so Kreise. Ja, Kugeln. Und ja, das finde ich optisch total schön und ich glaube auch als Kette wäre das eine ganz feine Geschichte. Aber als Armband trage ich es halt einfach nicht. Der 5. Dezember, der Tag von Nikolaus, ist jetzt hier. Ist relativ schwer. Oh ja, oh, mag ich gerne leiden, die Farbe OPI. Das ist ein Nagellack. OPI Red. Okay, aber du hast doch bestimmt noch eine andere Farbbezeichnung als nur OPI Red, oder? Egal. Auf jeden Fall ist es so ein Rot, was mit so einem holographischen Blau durchzogen ist. So einen ähnlichen habe ich tatsächlich schon von Catrice leider. Das heißt, der wird dann auch weiter wandern, aber das ist nicht weiter schlimm, weil ich kann sowas ja immer super verlosen. Ich finde den aber extrem schön, weil das ein toller Bärenton ist, der mit so einem pearly Schein durchzogen ist. Das ist was anderes als der klassische Rotton, ne? Mit wunderschönen Fingernägeln öffnen wir jetzt die Nummer 6, ja quasi Nikolaus. Und natürlich haben wir da ein Schmuckstück von Paul Valentine drin, was ich gut finde. Hier habe ich Ohrringe drin, so Kreolen, und die finde ich hübsch. Wirklich hübsch. Wie zeige ich euch die? Das sind halt so goldene Kreolen, ne? Zeitlos, wirklich hübsch. Hübsch, hübsch. Habe ich gesagt, dass ich die hübsch finde. Und die sind halt so zum Aufklappen, Ohrläppchen durchstecken, zuklappen, fertig ist die Laube. Hier habe ich nur die Nummer 7, die sehr rappelig sich anhört. Hier habe ich ein Produkt von L'Occitane drin, das ist ein Serum. Das Immortail Reset Nui, also Nachtserum, 5ml, ne? Das hatte ich letztes Jahr im L'Occitane Adventskalender auch schon drin und auch schon in diversen anderen Boxen. Und das ist eine gute Geschichte. Ich meine sogar, dass ich das verwendet habe. Mochte ich eigentlich gerne leiden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das ist eben einfach so besetzt, ne? Sie darf machen, dass es kracht. Muss es aber nicht. Jetzt hier keinen Zwang, ne? Es ist ein Produkt von Paul Wellentein drin. Ach ja, es steht auch auf der Homepage, dass hier eigentlich ihr Kaff drin enthalten ist. Ja, ne? Ist eine hübsche Kiste. Ist halt mit so einem, ja, ich weiß nicht, Zopfdesign, Ringdesign, wie auch immer. Ich habe versucht, sie zu mögen. Wir haben uns leider nicht anfreunden können. Holla, die Waldfee. Mal gucken, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Die ist nämlich riesengroß und wieder wunderschön Gold. Was für Rituals vielleicht? Jausen. Schön. Ritual of Meer, ein Home Perfume. 50ml sind hier drin. Ich mag halt einfach gerne diesen Ritual of Meer Duft, gerade Richtung Weihnachten. Das ist nämlich Orange und Sandelholz, ne? Und das ist halt richtig, aber weihnachtlich vom Duft und ich mag's. Cool. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weiter gehen wird. Oh. Mit Paul Valentine. Das ist super. Ja, jetzt kommen wir so langsam wieder Abwechslung hier rein, ne? Sonst war das am Anfang, hatten wir eine Kette, dann kamen zwei Fremdprodukte und dann wieder Paul Valentine, Fremdprodukt, Paul Valentine, Fremdprodukt. Ich glaube, das kommt jetzt wirklich in einem schönen Wechsel. Hier habe ich, glaube ich, einen größenverstellbaren Ring drin enthalten. Oh Mann, das ist hübsch. Der ist, der ist, warte, ich mach so. Der ist wirklich hübsch. Kann man, also kitschig? Definitiv, ne? Wir haben Blinky mit drin, wir haben dieses, ähm, ja, Riffeldesign. Den, aber ich mag den. Schön. Hüpfen wir zuerst in Schnapszahl zu der Nummer 11. Oh, noch ein Paul Valentine-Produkt. Das finde ich schön. Äh, ja. Ich mag diese, dieses, dieses, ähm, ja, diese Kettenform an und für sich total gerne. Problematisch bei dieser Kettenform ist aber leider immer, dass das sich irgendwie so komisch bei mir verdreht. Und das sieht irgendwie dann schwierig aus, ne? Aber es ist ein schönes Armbändchen. Ich habe keine filigranen Armumfang-Geschichten. Das muss ich immer wieder dazu sagen bei diesen Schmuck-Adventskalendern. Und ich hätte trotzdem noch ordentlich Platz. Also das ist halt wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Wow, die Nummer 12, Halbzeit, riesig. Ich mag das. Ach so. Okay, wir haben eine Wimpernzange hier drin von, upsala, den Naget kenne ich gar nicht. Von Lonnie and Bauer. Lonnie Bauer. Ich habe jetzt aktuell eine von Catrice, die ich richtig geil finde tatsächlich. Aber das ist eine Wimpernzange. Joa, ist gut, dass wir hier so zwei Halteviecher haben, ne? Wimpernzange kann man immer gut gebrauchen. Schön. Die Nummer 13. Hier haben wir etwas drin von L'Occitane. Lipetit Remed. Lipetit, Lipetit Remed. The Petite Remedy. Hä? Was bist du denn? Ideal for face, body, hair and people you love. 100% natürlich, 15 Gramm. Das ist wahrscheinlich so eine Allzweckcreme, wa? Da müssen wir mal gucken. Schauen wir. Baum multi-usage, ja. 100% natürlicher Multi-Purpose-Baum. Rieche ich mal. Bin ja neugierig. Oh. Riecht wirklich sehr kräuterig, ne? Und das ist halt so ein Balsam. Ja. Schön. Pfotin. Pfotin. Die Nummer 14. Wird wahrscheinlich etwas von Paul Willentine sein. Jausen. Da schauen wir mal hinein. Das ist hier. Es ist leicht. Es sind Ohrsteckerchen, oder? Ui, wat fein. Die passen richtig gut zur Kette. Oh mein Gott. Das ist ja hübsch. Das finde ich, das finde ich, das finde ich hübsch. Das mag ich gerne leiden. Ja. Jetzt zeige ich euch die. So. Ne? Das sind süße kleine Ohrsteckerchen. Das ist halt bei mir am besten aufgehoben an meinem zweiten Ohrloch hier auf der Seite, ne? Da kann ich das besser dran machen. Weil wenn ich die hier in diese normalen Löcher reinmache, dann wirken die etwas verloren. Aber gut. Nummer 15. O.P. O.P.I. hat noch einen weiteren Nagellack dabei. Ich glaube, der ist nicht richtig durchgeschüttelt. Das ist auch 15 Milliliter in der Farbe. My very first Nockwurst. Nicht im Ernst. Ich hätte jetzt auch wirklich gesagt, die Farbe erinnert mich ein bisschen an Leberwurst. Aber gut. Ja, gut. Wenn die die Farbe schon selber so nennen, ne? Dann ist es halt eine Nockwurst. Heißt Nockwurst Leberwurst? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall witzig. In der Nummer 16 fühlt es sich auch wieder leicht an. Also hier wird wieder Schmuck drin sein, würde ich sagen. Jausen. Okay, hier haben wir die passende Kette eben zu dem Armband, was wir hier schon drin hatten. Eine wirklich schöne Kette. Kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, ne? Das Armband behalte ich ja nicht. Dann werde ich die Kette wahrscheinlich zusammen mit dem Armband dann auch weiter verschenken. Und ja, hier kann es halt wirklich passieren, dass A, die Haare sich so krass drum zuwickeln. Ich habe tatsächlich auch so eine ähnliche Kette schon. Ich meine übrigens, dass der Adventskalender auch immer noch verfügbar sein sollte, ne? Also schaut da gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch den dann auf jeden Fall auch verlinkt. Nach der Nummer 16 kommt die Nummer 17. Und die Nummer 17 ist eine Woche vor Heiligabend. Da dürfen wir ein bisschen Pflege mit L'Occitane betreiben. Und zwar ist es eine Handcreme mit 20% Shea Butter für trockene Haut. Hier haben wir 30ml drin enthalten. Und ich habe aktuell auch so eine ähnliche in Anwendung, also quasi bei mir im Bett stehen. Die ist super reichhaltig. Mag ich gerne leiden und kann ich halt auch wirklich echt wärmsten Herzens empfehlen. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche. Und hier haben wir dann auch wieder Schmuck von Paul Valentine drin. Mal schauen, was das ist. Ein Riesenpieg? Zwei Riesenpiecher? Ohrringe? Oh ja. Das sind sehr große, wunderschöne Kreolen. Oh, sowas mag ich. Ich mag Kreolen. Kreolen und ich, wir sind einfach ganz große Freunde, Leute. Einfach, weil ich gerne Kreolen mag. Was ich hier auch sehr positiv anmerken möchte, das sind geschlossene Kreolen. Das heißt, auch wenn wir irgendwie eine Maske tragen oder wenn wir ein Haarreif tragen oder so, es wird sich da nichts drin verheddern, auch die Haare nicht und so, weil das habe ich sonst, wenn ich so halb offene Kreolen habe, dass meine Haare sich da so gerne mit reinwubbeln oder die Maske halt. Das ist hier nicht der Fall. Und die sind sehr, sehr schön groß, aber nicht zu groß. Boah. Die Nummer 19 ist auch wieder riesig, aber ich glaube, da ist jetzt nichts genau. Also da ist was drin, aber es füllt nicht das komplette Kleppchen aus. Es ist von Shine etwas und zwar ein Super Soft Botanical Infused Hair Repair Serum mit 50ml. Okay. Sowas gebe ich mir gerne in Längen und Spitzen. Kann man machen, ne? Und das macht dann die Haare ein bisschen softer. Ihr seht ja auch, wie trocken die sind. Im Winter werden die Haare und die Haut und alles ist ja noch trockener. Dementsprechend ist das ein super Produkt dafür. Und dann kann man schon mal für Heiligabend vorsorgen, dass man dann ein paar Tage später auch wie aus dem Ei gepellt an Heiligabend am Essenstisch sitzt oder am, wir beschenken uns alle, Wohnzimmertisch. Genau. Das hilft. Die Nummer 20. Hier haben wir ein Produkt von Shine wieder drin. Okay, zwei Shine hintereinander läuft. Hier haben wir den Color Protect Conditioner, passend zu dem Produkt aus der Nummer 2 mit 50ml. Und das ist doch schon eine ganz feine Geschichte, wenn man im Adventskalender sowohl das Shampoo als auch die Spülung dazu drin hat. Kann man dann den Kombi verwenden. Auch in der 21 scheinen wir kein Paul Valentine Produkt drin zu haben. Nee, sondern von OPI ein Nagellack mit 15ml. Den müsste ich auch schon da haben. Das ist die Farbe NLD 53. Echt, Susie is my Avatar. Okay, das ist halt so ein schöner Rosé-Pinkton. Aber nicht richtig pink, ne? Das ist halt eher so Rosé. Auch recht groß ist die Nummer 22. Okay, das haben die komisch befüllt, ne? Hier habe ich nämlich jetzt ein Produkt von Paul Valentine drin. Ja? Hä? Ja, schwierig. Hier hätte ich jetzt nämlich passend zur Kette und Ohrringen das passende Armband von Paul Valentine halt, ne? Mit diesem Glitzersteinchen. Und auch zum Ring. Aber das wird nicht bei mir bleiben, weil es ist ein Armband. Bleiben wir einfach mal ehrlich mit uns selber. Es hat sehr grobe Glieder, die aber auch so ein bisschen eckig sind, ne? Also nicht komplett rund. Schon irgendwie hübsch. Aber ich mag keine Armbänder. Nochmal so ein Riesenvieh. Die Nummer 23. Da habe ich jetzt ein Produkt von L'Occitane drin. Echt, wir haben nur ein einziges Rituals-Produkt drin. Schade, Schokolade. Hätte ich jetzt irgendwie mehr drin haben wollen. Das hier ist ein Duschöl mit 75ml. Das ist einfach dieses Mandelduschöl. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal verwendet und leer gemacht. Ich mag den Mandelduft leider nicht ganz so gerne leiden, muss ich sagen. Ja, aber ist mit dabei. Und das ist auch in der kalten Jahreszeit wieder ganz gut. Weil dann hast du halt auch eine Pflege mit im Duschprodukt mit drin. Und hast nicht nur diese reinigende Wirkung. Deswegen passt das. Frisch geduscht feiern wir nun Heiligabend am 24. Dezember. Da gehe ich natürlich von aus, dass hier eine Kette drin ist. Aber da müssen wir einfach mal schauen, was Paul Wellenthal sich da überlegt hat für uns. Ja, es ist eine kurze Kette. Es ist eine schöne Kette. Es ist eine Kette, die wahrscheinlich nicht jeder unbedingt so vom Anhänger her leiden macht. Aber ich mag die sehr, sehr gerne. Weil das ist so eine Art, ja, das ist den Polarstern, ne, Nordstern, Polarstern, ne, Sternstern. Und dann haben wir halt so ein Kringel halt so zwischendrin. Genau, die die Kette halt so ein bisschen unterbricht. Also ich finde das extrem schön. Ich mag das gerne leiden. Ich trage sowas halt auch einfach gerne. Deswegen freue ich mich auch über diese Kette und, ja, habe damit jetzt einmal den kompletten Adventskalender ausgepackt. Bei Paul Wellenthal ist es immer so eine Sache, du hast halt sehr hochpreisigen Schmuck, aber dann wirklich recht viele in Relation zu dem Schmuckgedönsen halt andere Produkte von anderen Marken. Dadurch finanziert sich halt der Adventskalender. Kann man nicht anders sagen. Das ist so, weil die Marken dafür natürlich auch bezahlen müssen, dass sie überhaupt in den Adventskalender mit rein dürfen, ne. Und dann kann Paul Wellenthalen halt auch die Schmuckstücke, die sie im Adventskalender mit drin haben, für den günstigen Preis an den Kunden bringen. Was ehrlich gesagt cool ist, weil ich freue mich drüber. Es ist nicht jedermanns Geschmack. Deswegen finde ich persönlich, wenn man halt so hochpreisige Adventskalender hat, ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn dann so eine Art Sneak Peek, ich glaube, bei dem Adventskalender auch, ne. Oder halt so ein bisschen auch geschrieben steht, was für Schmuck das ist und so, was da drin ist, dass man da als Kunde Bescheid weiß. Die anderen Produkte von den anderen Firmen ist halt so, man kann sie ausprobieren, wenn man möchte. Ich persönlich vermisse einfach mehr Rituals. Also es war halt wirklich nur ein Rituals-Produkt hier drin. Schade, Mann. Und ja, ansonsten halt recht viel von L'Occitane. Ein paar Nagellacke von OPI auch mit dabei. Ja, also schreibt mir gerne mal, was ihr zu dem Adventskalender sagt unten in die Kommentare. Also ich weiß, dass es einige gibt, die sagen, das ist halt richtig cool, dass du einen Schmuck-Adventskalender hast, wo nicht nur Schmuck drin ist, sondern auch ein bisschen was anderes, einfach für die Abwechslung. Andere sagen, wenn ich einen Schmuck-Adventskalender kaufe, soll da aber auch bitte nur Schmuck drin sein, ne. Aber gut, dafür gibt es ja auch Alternativen. Ist ja nicht so, als gäbe es da nicht irgendwie noch super viele andere, die ich auch schon ausgepackt habe. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Paul-Valentine-Adventskalender. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!